Meine Damen und Herren, es ist geschehen. Der Gewinner des 100,5-Feten-Alarm-Gewinnspieles steht nun fest. Mike aus Gangelt wird eine fette Party auf Kosten von 100,5 das Hitradio feiern. Der Alleinunterhalte, Keyboarder Karl und die Sängerin Lirana werden live in Gangelt als Musik-Duo und Partyband eine hervorragende Musik- und Lichttechnik aufbauen und dem Gewinner eine atemberaubende Party am 06.11.2015 präsentieren. Freuen Sie sich auf Live-Musik, Partyspiele und eine erstklassige Sängerin, Das 100,5-Hitradio-Team wünscht viel Spaß mit Keyboarder Karl und der Sängerin Lirana.